Bitte? Leichenbakterien. Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in Ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Grant, da haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, naja... Irgendwelche Partys, Kontaktbörse, Singletreffs. Hallo! Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Hallo, ich habe mich nicht im Hintergrund gegründet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017